Und direkt die nächste Folge am Stück aufgenommen. Boah, bin ich heute motiviert. Fühl mich irgendwie gut. Ah, das ist schön. Das ist echt schön. Wie fühlt ihr euch? Ein bisschen Smalltalk ist doch auch schön. Boah, da darfst du mich nicht treffen. Ah, lass mich in Ruhe nicht. Ah, ich will hier hoch. Okay, gut. Okay, das bewegt sich bestimmt auch, ne? Ne, das bewegt sich. Hä? Wie soll ich denn da jetzt, äh, hinkommen? Okay, so. Ah, ja. Geniehaft. Okay, jetzt hier runter, runter und so. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Was ist da los? Was ist das? Was ist das für ein komisches Ding? Okay. Das ist eigenartig. Nein. So, das muss ich, ja. Wieder ein Level Up da drauf. Ist doch auch okay. Ich schieße da irgendetwas in so einer Kante. Wie blöd. Ah, nein. Ah, ich hasse dich. Ah, hier. Fliegeding. 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 Ich werde dich fliegen-ding-sie. Und, äh, was ist da? Da ist irgendwo ein Boss. Wo ist hier ein Boss? Ah, hinter mir. Wie mache ich diesen Boss? Es überfährt mich einfach. Alter. Der ist ja fies. Alter. Das war nicht nett. Das war ganz und gar nicht nett. Oh, und ich muss jetzt nicht den ganzen Weg immer wieder machen. So, 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 so. Fliegeding, so. Ah, nein. Ah, lasst mich in Ruhe. Weg hier. So, hier hoch. Klappt eigentlich alles ganz gut. Äh, ich habe aber keine Ahnung, wie ich diesen Boss gleich machen soll. So, 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 ja, so mache ich das. So kann ich die hier so ein bisschen ärgern schon mal. Und rein da. Oh, nee. Ah, welche Waffe? Ich nehme die Waffe. Ah, nee, hier sind so viele Fliegedingse. Ah, das ist schlecht, das ist schlecht. Okay. So. So geht das. So. So, so, so. Nein. Äh. Nein. Nee, wo muss ich den hinballern, damit er Schaden kriegt? Alter. Alter. Hä? Wie mache ich diesen Boss? Alter. Hör auf damit. Ah, der ist ja voll kacke, ey. Ich mag den nicht. Ah, verdammt. Hä? Wie mache ich diesen Boss? Oder muss ich ganz woanders hin? Ich probiere, ich gehe mal, was, ich gehe mal einen anderen Weg. So. Scheiße. Das war nicht die beste Idee. Nehmen wir die Waffe. Komm. Ah, scheiße. Level down. Aber wieder Level up. Ah, Mann. Jetzt diese Folge. Also die letzte war besser. Das kann ich sagen. Ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Ich hasse das. So. Ne, wie mache ich das? Welche Waffe ist denn? Gut geil. Das hat ganz gut geklappt. Das hier. Ah, Mann, 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 Mann. Ah. Lass mich hier hoch. So. So. Euch überfliege ich einfach. Sehr gut. Das war ja okay. Das war, äh, ja, okay. Ich kann jetzt, ähm, nach da oben. Da ist dieser Teleporter. Ich frage mich, ob ich den benutzen kann. Ist nur, äh, schade. Was sagst du? Der Teleporter ist da. Es war schon vorher. Hm. Well, es war auch schon. Es war auch schon. Es war auch schon. Es war auch schon ein Platz in der Labyrinth. Ja. Okay. Also muss ich da nicht hin. Ich kann mich jetzt eigentlich umbringen lassen. Dann ist es irgendwie schneller. Einfach kurz umbringen lassen. Blablabla. Tötet mich. Noch zweimal. Tötet mich. Tötet mich. Danke. Danke. Okay. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Sehr gut. Na, nein. Und ich muss mir eine Idee einfallen lassen, wie ich diesen Boss mache. Ja, und ich habe aber keine Ahnung, wie der funktioniert. Oder sonst was. Vielleicht muss ich, vielleicht ist das so ein typischer Boss, wie heutzutage alle typisch ist. Ich muss warten, bis ich den, bis der irgendwie verwundbar ist. Nur solche Bosse sind total scheiße, finde ich. Also, na, nicht total scheiße, aber in so einem Spiel. Scheiße, ich habe es ja außerdem umgestellt. In so einem Spiel nicht scheiße, aber in so einem Spiel ja unvorteilhaft. Nein, 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 nein. Wupp. Ahaha, das war ja knapp. So, so geht das. Du bist tot. Will ich das Leben mit? Ja, nimm schon. So, so, das ist die einfache Variante. Äh. So. Nein, komm da vor. Tod. Ah. So. Du Fliegeding. Ja, dich habe ich. Dich habe ich auch. Ach, Mann. Da habe ich ein bisschen... Ah, nee, ich darf nicht so leise sein. Das ist meine Schwachstelle als Letzt. Ja, ich bin zu leise manchmal. Nee, ich glaube, das sind manche viel mehr, aber egal. So. Dieses Ding. Was könnte das als Schwachstelle haben? Habt ihr eine Idee? Hier. Die Rollen weisen nicht. Wenn es so aufmacht, hätte ich gedacht. Wenn das da so aufmacht, dann abknallen. Sah aber nicht so aus. Ich will... Ich will nicht... Mein Problem ist, ich will dem Ding, ähm... das Ding nicht so schnell aktivieren. Ich möchte am liebsten erst mal die Viecher hier drin kaputt machen. Hm. Okay. Muss wohl so sein. So. Drüber gesprungen. So. Nein. Scheiße. Wo kriegt er Schaden? Wo kriegt er Schaden? Es kriegt gar keinen Schaden. Warum kriegt er eigentlich gar keinen Schaden? Nein. Ah. Das ist so scheiße, ey. Nein. So. 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 Ich sag's da vorne. Nein. Es ist nicht auf. Warum kann es nicht einfach auf sein? Ah. Scheiße. Nein. Ah. Kacke. Die Punkte einsammeln. Ich muss das Level abkriegen. So. Nein. Scheiße. Ah. Wie kriegt das Ding Schaden? Ah. Man kann diese komischen Knoten da kaputt machen. Hab ich grad gemerkt. So. Jetzt auf das Ding. Ah. Ich hab die Waffen gleich. Die Waffen sind kaputt. Ich hab seine Waffen geschrottet. Die hab ich. So. So geht das. So macht man ihn kaputt. Ich hab's verstanden. Ah. Geil. Ah. Aber diese Dinger. Die sind echt problematisch. Die sind echt scheiße. Nein. Kacke. Schade. Ich werd für ihn die Live Capsule benutzen. Ich werd für ihn die Live Capsule benutzen. Ich hab ihn verstanden. Aber. Ich werd ihn erst in der nächsten Folge machen. Also werde ich hier einen Knack machen. Ja. Einen Knack für euch Leute. Also. Over und out. Man sieht sich in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bloop. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.